Ja, wir von der Firma Kögel hier aus Bad Oeynhausen, Ostwestfalen, haben den Anspruch eben halt höchste Leistung für unsere Kunden zu erbringen. Wir brauchen dafür die besten Mitarbeiter, haben mit diesen Mitarbeitern seinerzeit in einer Umfrage oder Abfrage unter Einbindung aller Mitarbeiter mal erfragt, für welche Werte sie stehen. Jeder hat ja seine Werte letztendlich, die ihm wichtig sind, sei es Familien, sei es Loyalität, Gesundheit, Vertrauen etc. haben das dann entsprechend zusammengefasst, mal zusammengestellt. Letztendlich haben daraus ein hochwertiges Buch herausgegeben oder erstellt, was wir letztendlich allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, um dieses auch als Orientierung letztendlich zu geben. Für diese stehen wir, für diese leben wir letztendlich und das muss natürlich dann von ganz oben bis ganz unten letztendlich durchgezogen werden oder nachverzogen werden und dann, dass es entsprechend umgesetzt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017